Und da sind wir mal wieder zurück. Hallo, was ist denn hier im Sound? Ja, der Sound. Du darfst den Bildschirm nicht verwechseln. Also, was gibt's? Der dritte Skin wird jetzt verschenkt. Der dritte ist jetzt Schleuderaffe. Natürlich auch bekannt bei dem Kanal. Moderator, schon immer dabei. Hat jetzt auch die Kanalpunkte erreicht auf Twitch. Ihr seht, Twitch einfach unter yt Family Egg suchen. Ihr seid dabei, wenn ich den Skin jetzt raushau. Natürlich auch ein bisschen Werbung, damit ihr seht, dass ich das auch wirklich mache. Er wollte die Grünwein-Agentin haben. Denkt dran, gerne einen Creator Code eintragen. Family Egg. Nicht mehr yt-family egg, sondern nur noch Family Egg. Danke für den Support. So, Grünwein-Agentin. Freunden schenken. Fuck. Leuderaffe, ihr habt dich schon im Chat zu bedanken? Noch hast du ihn nicht. So, einmal Schleuderaffe, einmal nicht im Besitz. Und dann würde ich sagen, geht der nächste Skin raus. Aber wie viele V-Bugs haben wir noch? Ich glaube, ich habe jetzt noch 23.000 V-Bugs. Ich bin hier auf drei Accounts jetzt inzwischen aktiv. Schön mit Rette die Welt. Danke für den ganzen Support. Ich gebe euch einfach was zurück. Was müsst ihr dafür tun? Ganz einfach, seid im Chat. Sammelt Kanalpunkte. Nochmal einfach Family Egg auf Twitch suchen. Und ihr werdet mich schon finden. Wir haben auch wieder vor, Custom Games zu machen. Und in dem Sinne würde ich sagen, raus damit. Bing, 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 bing. Geschenkt, geschickt. Jetzt kannst du Danke sagen. Oh, danke noch für die 10 Bits. Also, in dem Sinne würde ich sagen, jetzt habt ihr gesehen. Ich verschenke die Spins auch. Nicht nur Dummschwitzerei. Also, euch noch einen schönen Tag. Wenn ihr Bock habt, kommt natürlich gerne auf Twitch vorbei. Wir wollen noch ein paar Custom Games machen. Gucken, vielleicht noch ein paar Runden zocken. Und in dem Sinne, haut rein.